So, meine Lieben, ich war gestern bei Deichner und hab zu meinem Sohn frische Schuhe geholt, okay? Und ich werde heute gucken, ob mein Sohn ein dankbarer Frechdachs ist oder ein undankbarer Frechdachs. Das Video kann er sich irgendwann reinziehen, sobald er erwachsen ist. So, Leute, seid gespannt, ich bin sehr gespannt. Hey, Peke, mein Schatzi. Papa, hat dir was mitgemacht? Mach mal auf. Wow! Guck mal, wie unhaltbar er das rausnehmt. Freust du dich nicht? Ist schön? Papa, kuss. Danke. Nur weil Mama das gesagt hat. Finden die Schuhe fresh? Yeah! Yeah! Finn, yeah! Oh, guck, in den Spiegel. Cookie. Okay. 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 Warum auch nicht? Dich, dass du dich schuhe.